Los geht's! Die Straße ist getroffen. Das Richtige erstmal jetzt auch die Scheibe nutzen. Ich habe jetzt keine Ecke zu tragen. 4 Stunden 1.g. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 7. In einem Kilometer den Kreisbekehr an der zweiten Austart verlassen. In 300 Metern den Kreisbekehr an der zweiten Austart verlassen, in die Altensteigerstraße. Den Kreisbekehr an der zweiten Austart verlassen. In 200 Metern den Kreisbekehr an der dritten Austart verlassen, in die Freudenstädterstraße. In 300 Metern den Kreisbekehr an der dritten Austart verlassen. In 300 Metern den Kreisbekehr an der dritten Austart verlassen. In 300 Metern den Kreisbekehr an der ersten Austart verlassen, in die Grafenwiesenstraße. In 300 Metern den Kreisbekehr auf der dritten Austart verlassen. In 300 Metern den Kreisbekehr an der dritten Austart verlassen. In 200 Metern den Kreisverkehr an der 2. Ausfahrt verlassen und der Grafenwiesenstraße weiter folgen. Den Kreisverkehr an der 2. Ausfahrt verlassen. Den Kreisverkehr an der 3. Ausfahrt verlassen. Das ist ja der Zweck der ganzen Reise, das Zwischenzug zu finden. Ah, das sind 2 und Barthaus stattdessen. Die 2 haben wir ja auch nicht in den Parken. Ja. Das steht da. Das muss man. Ah, hallo. Oh, ja, ha, 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 ha. Spielstraße. Weit. Was ich sagen wollte, weiten. Jetzt kriegen wir das hier nicht. In 300 Metern haben sie ihr Zwischenziel erreicht. Dann rechts abbiegen. Das ist sogar eine Reisebus. Wasser warten kannst du hier. Ich geh das. Da brauchst du auch nicht extra. Alles vorbei. Ich hab nur beim Wagen, das müsste ich auch so. Aber anstatt zwei Freunden. Jetzt sind die Dinger aus Bromze und so, dass sie hier noch stehen. Das ist gut natürlich. Mal aber ein bisschen die Verleihung weg. Dann müssen wir das mit einem Schrotter zu finden. Ist das denn hier nur zu? Achso. Freitag um 13.00 Uhr ist so. Das ist was für ein Fahrtfang. Ist das nicht? Ich hab nichts zu begrüßen bei 2.50 Uhr. Wie ist das denn da? Dann raus. Extra. Aus dem Elsass. Aus dem Elsass. Oder lassen Sie die dritte. Das haben wir ja vorhin nicht gesehen. Aus dem Elsass extra. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Ich sehe die. Jetzt ist es so. Da gründlich. Da noch mal. Jetzt rechts abbiegen. Da hinten. Da rechts abbiegen. Wie ist das schwarz? Das ist nicht. Jetzt rechts abbiegen. Ja. Jetzt noch ein bisschen eher sagen muss. Navigation kommt weg. Mal überleben. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Hier kann man auch mal sehen, ob ein Auto aussieht. Weiß mal nicht Bescheid. Jetzt links abbiegen. Zweifel. Zweifel. Dann gleich. Hinterwagen. Den Kreisen quer an der dritten Ausfahrt verlassen. Erste, zweite. Da gehst du auf meiner Erdenkrankung. Freut mich nachts wieder an. In 200 Metern rechts abbiegen. Auf B28 Richtung A81 Richtung Stuttgart. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts. Dann rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Ja, das war ich mal. Und bei der Gelegenheit, wenn wir schon hier sind. Ach Gott, schwer. Wie kommt er? Oh, das stimmt nicht. Das ist aber so egal. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Vielen Dank.